Einfach einmal die Seele baumeln lassen und dem Körper etwas Gutes tun? Bei ActiVital Simmering finden Sie schnelle und effektive Lösungen in Figur-, Wellness- und Beautyfragen. Vier kompetente Mitarbeiter kümmern sich um Ihr Wohlergehen und Ihre Bedürfnisse, damit Sie Ihre Traumfigur in kürzester Zeit verwirklichen können. Das ActiVital Studio bietet Ihnen ein Workout der Zukunft. In nur 20 Minuten nehmen Sie auf dem Powerplate ab und straffen zusätzlich sogar Ihre Haut. Zu normal? Dann nehmen Sie doch mittels Radiofrequenzen ab. Auch das ist bei ActiVital möglich. Hightech erwartet Sie zudem im Bereich der Falken- und Narbenbehandlung. Eine neue Alternative zur Botox-Injektion bildet die Salzgrotte mit Sauerstoff und Sohlenebel. Zum Abschluss dürfen Sie sich dann mit einer Hot Stone- oder Klangmassage verwöhnen lassen. Erfahren Sie am eigenen Körper, wie man mitten in der Stadt in nur einer Stunde Wellness pur erleben kann. Informieren Sie sich vorab unter www.activital.at, weil es nie zu spät zum Entspannen ist.